Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit Letzter Schluss. In dieser doch relativ kurzen Folge geht es darum, wie ihr unter Debian, Ubuntu, Linux, Mint auch alte Pakete installieren könnt. Normalerweise ist der Weg ja immer so, bei jedem Update gibt es die nächsthöhere Version von einem Paket. Aber wenn ihr doch mal in die Bredouille kommt, sodass ihr mal ein älteres Paket installieren möchtet, dann guckt dieses Video, denn es ist vielleicht nicht so einfach, wie man denkt. Ja, genau. Und das Ganze hat den Hintergrund. Ich habe bei mir den TDE Desktop auf vielen Systemen installiert und bin da meistens auf dem Entwicklungszweig. Und da war ein kleines Problem drin, das mich genervt hat bei den Entwicklungspaketen. Das ist bestimmt irgendwann auch korrigiert worden. Aber es hat mich zu dem Zeitpunkt so genervt, dass ich denn zum stabilen Zweig zurück wollte und hatte ältere Pakete und die lassen sich erstmal so nicht installieren. Und wie ihr halt ältere Pakete installieren könnt, unabhängig von TDE oder sonst was, darum geht es jetzt. Das Vorgehen ist prinzipiell relativ generisch. Also ihr braucht irgendeine Paketquelle, in der die älteren Pakete vorhanden sind. Ansonsten könnt ihr die alten Pakete ja auch nicht installieren. Im Falle von meinem TDE Desktop bzw. dem Trinity Desktop Environment sieht das so aus, dass ich die Entwicklerquelle auswechsle und stattdessen sowas hier reinschreibe. Das ist dann die Quelle, die Paketquellenliste, wo die normalen, stabilen Pakete für meine Distribution, in diesem Fall Bookform, drunter sind. Wenn ich danach ein APT Update mache, holt APT die Paketverwaltung von Debian, Ubuntu, Linux, Mint, die aktuell verfügbaren Pakete runter, auch aus verschiedenen Paketquellen. Und dort ist so ein Index, wo drin steht, naja, das Paket Konsole zum Beispiel gibt es in der Version XY und könnte installiert werden. Da ich allerdings vorher die Entwicklerpakete hatte und mein Konsolepaket eine höhere Versionsnummer hatte, würde APT bei einem Upgrade oder beim Dist-Upgrade oder auch beim normalen Installieren die alte Version, die jetzt verfügbar ist unter dieser Paketquelle, nicht installieren. Eben, weil die neuere Version neuer ist und einen Rückwärtsgang gibt es so erstmal nicht. Das ist erstmal so nicht vorgesehen und von daher muss man APT beibringen, dass es so ein bisschen anders arbeiten soll. Dafür gibt es einen Mechanismus, der Pinning heißt, damit kann man festlegen, dass Prioritäten geändert werden sollen. Also standardmäßig haben neuere Pakete eine höhere Priorität bzw. dieselbe Priorität wie alle anderen Pakete auch und von daher zählt dann die Versionsnummer, die den Ausschlag gibt, dass das neuere Paket installiert wird und nicht das alte beibehalten wird. Durch dieses Pinning können wir die Prioritäten allerdings auch anpassen, indem wir jetzt eine Datei anlegen, zum Beispiel hier so, also etc.apt.preferences.de, das muss schon so sein, also das ist der komplette Pfad, wo man seine eigenen Pinning-Regeln ablegen kann und der Name, wie man es gerne hätte für die Datei, wo diese Regeln reinkommen, kann man sich frei aussuchen. In dem Fall habe ich es jetzt mal Trinity-Stable genannt. Dann legt man in dieser Datei erstmal fest, für welche Pakete dieses Regelwerk gelten soll, also Package-Stern, also für alle Pakete soll das jetzt gelten und die Einschränkung kommt als nächstes, indem man hier sagt Pin Origin und dann kommt der Mirror bzw. der Server, von dem die Pakete runtergeladen werden. Das ist denn das Filterkriterium. Ansonsten, wenn das jetzt nicht dort wäre, würde es wirklich für alle Pakete gelten und damit hätten wir nichts gewonnen, weil dann jedes Paket auf die Priorität 2000 angehoben worden wäre und dann ist mehr oder weniger alles so wie vorher. Aber wir wollen hier gezielt für Pakete, die von hier kommen, die Priorität anheben auf die 2000 und wenn man jetzt den nächsten Schritt macht, wiederum die Liste mit verfügbaren Paketen einmal abholen, Appeticket Update und danach ein Upgrade machen, dann werden die alten Pakete aus dem stabilen Zweig hier, also von dieser Quelle installiert und die bereits installierten neueren Pakete werden ersetzt. Die Methode mit dem Pinning hat auch den Vorteil, dass Abhängigkeiten auch richtig aufgelöst werden. Also ich könnte natürlich auch mir von irgendwo diese einzelnen Debian Paketdateien mit der Endung DEB holen und dann PAND installieren, aber bei so einer Desktop-Umgebung gehören sehr viele Pakete zusammen, die wirklich zusammenspielen müssen, die aufeinander aufbauen und da wäre es halt sehr schwierig, die einzeln erstmal runterzuladen, PAND zu installieren und so weiter. Von daher mit dem Pinning funktioniert auch die Auflösung von Abhängigkeiten wieder und dann mache ich ein Upgrade, was in diesem Fall ja eigentlich eher ein Downgrade ist. Ja, und das ist es letztendlich auch und damit könnt ihr zu älteren Paketversionen zurückwechseln, wenn die Pakete natürlich noch verfügbar sind. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Dieses Mal wirklich relativ kurz, wie auch angekündigt, aber es ist eine ganz praktische Sache, die man hin und wieder mal braucht, also die ich sehr selten verwendet habe, aber jetzt kam ich gerade mal wieder in die Verlegenheit, das brauchen zu müssen und darum habe ich das für euch einmal so ein bisschen dokumentiert und ein kleines Video draus gemacht. Ansonsten macht es nach, macht es nicht nach. Abonnieren, Glocke drücken und bis dann und tschüss. Abonnieren, Glocke drücken und bis dann.